Wir stehen vor einem sehr grausamen Bild im Dom. Es zeigt die Enthauptung des heiligen Johannes des Täufers. Der Scharfrichter gibt das Haupt an Salome und Salome bringt es ihrem Vater Herodes. Herodes hat ihr versprochen, jeden Wunsch zu erfüllen, weil sie so schön für ihn getanzt hat. Daran musste Johannes der Täufer glauben. Ein fester Glaube, ein inniges Verhältnis auch zu Jesus Christus und zu Gott ist natürlich immer eine gefährliche Angelegenheit. Man schafft sich Feinde. Und solche Feinde hatte Johannes der Täufer. Und letztlich hat es ihm das Leben gekostet. Ein grausames Bild, aber es gehört zum Dom und es gehört zu unserem Glauben. COPYRIGHT UNTERTITELUNG Untertitelung des ZDF, 2020